Frieda von Blaupunkt. Ja, irgendwas ist hier falsch. Das Fahrrad ist irgendwie halb. Ja, genau. Es ist natürlich auch gefaltet, unsere Frieda. Wir haben das nicht nur unter Frieda, das ist auch ein Friedel, den wir haben in einem schönen Anthrazit. Wir haben hier ein 24 Zoll Faltbike mit einem sehr starken 600er Akku eingebaut im Rohrrahmen. Sehr einfach zu falten. Man faltet das Fahrrad, während es auf dem Ständer steht. Das ist so ein typischer Briefträgerständer. Wir haben ungefähr 24 Kilo mit dem Akku eingebaut, kann man auch rausnehmen. Wir haben hydraulische Tektobremsen, natürlich alles zugelassen. Wir haben ein Farbdisplay, wir haben eine Handyhalterung. Ich kann mein Handy auch, wir kennen das alle, wir fahren los, navigieren mit dem Handy. Handy ist leer. Ich kann mein Handy hier auch wieder laden mit einem kleinen Ladekabel. Hallo. Du musst unbedingt runterkommen, Matthias, weil du bist so stolz auf das Produkt, was du hier zeigst. Und das ist quasi die Quintessenz bei Blaupunkt, was ihr entwickelt habt, dass eigentlich alles das beinhaltet, was ihr gelernt habt aus den kleinen Falträdern. Das heißt, die müssen kompakt sein, die müssen extrem leicht zu falten sein. Die meisten Räder sind so schwierig zu falten, weil sie eben nicht fest auf dem Ständer stehen. Das ist hier anders. Das heißt, während des Faltvorgangs bleibt das Rad fix stehen. Und das ist ein Riesenvorteil. Ja, genau. Also es fällt mir nicht auf die Füße. Ich klemme mir nicht die Finger oder die Schuhe irgendwo ein, sondern ich kann es auf diesen schönen Briefträgerständer stellen und kann es dann falten. So, wenn du mir nochmal zeigst, ganz langsam in Zeitlupe, wie man das wieder... Ach, Can, hallo. Es ist kinderleicht. Du bist ja jetzt kein Kind mehr, aber weißt du, die Bedienung, Sachen, die du nicht gerne machst, die machst du auch nicht. Das hier ist leicht. Ja, wir haben es ja gesehen. Es lässt sich wirklich sehr einfach falten. Vielleicht muss ich gleich nochmal Hand anlegen. Bitte schön. Einmal kurz mal zeigen. Sie hat es schon geschafft. So, sie hat es schon geschafft. Da ist zusätzlich noch eine Sicherung drin. Das kann nicht von selber aufgehen, oder? Nein, es ist nur so eine kleine Entriegelungstaste da, damit ich nicht mit meinem Fahrrad zusammenklappe. Wir haben hier noch einen Lenker, den wir auch noch... Ja, der ist offen, aber. ...löse mal und einfach nur hochheben. Ah, okay, ein bisschen hoch und antreten. Das passiert nicht so. Ach so. Das heißt, das Breiteste an so einem Fahrrad ist ja der Lenker und ihr könnt einfach den Lenker ohne Werkzeug hin und her schwenken. Genau. Ich kann den schwenken, ich kann den in die Längsstellung bringen. Und damit kann ich das Fahrrad auch flach hinlegen, auch wenn ich in einem Pkw damit unterwegs bin. Oder ich schiebe das in einem Reisemobil und das im Bett. Ja, es gibt horrende Strafen in Italien, wenn du keine Lichtanlage dabei hast. Auch tagsüber. Hast du das gewusst? Das habe ich in Italien, war mir jetzt nicht so präsent. Ich denke mal, unsere Leute wissen das. Ich bin da jetzt nicht so... Nee, nee, das weiß kaum jemand. Also du musst in Italien, wenn du fährst, ob sie es denn wirklich überprüfen, weiß ich nicht. Es gibt ein neues Gesetz. Du musst eine Lichtanlage dran haben, weil du könntest ja auch durch den Tunnel fahren. Und da gab es ganz böse Unfälle, wohl, ich sag mal, in Tunneln, dass Radfahrer übersehen worden sind. Und hier ist eine Lichtanlage mit dran, die wird über den Hauptakku gespeist. Ja, genau. Da kommen wir natürlich gerade noch dem entgegen. Wir haben nämlich eine Lichtautomatik. Unser Licht geht automatisch an, wenn es in die Dämmerung geht. Echt? Und das Fahrrad oder das Licht blendet auch etwas ab, wenn ich andere Autofahrer blende und die mit mir mit Fernlicht entgegenkommen. Dann blendet es auch ab. Das ist ein sehr starkes Rücklicht. Das ist brandneu, das Fahrrad? Brandneu, ja. Das Fahrrad kommt in, ich möchte mal sagen, in sechs Wochen auf den Markt. Wir stellen es heute hier exklusiv vor, den Zuschauern und den Besuchern. Und es kommt sehr gut an. Ja, ganz wichtig ist dieser Aufkleber hier. Ich zeige mal gerade, ein CE hat man mal schnell in China hinten draufgeklebt. Ich will jetzt nichts unterstellen. Aber bei Tests ganz, ganz oft, ja, haben die keine EMV-Prüfung, keine CEs wirklich und so weiter. Und sie haben oft einen Gasgriff hier dran. Und das ist ein Riesenproblem, weil es gibt zwar zugelassene Gasgriffe, die bis 6 kmh gehen, aber fast alle, die ich aus China bekommen habe, die Gasgriffe dabei haben, haben keine Zulassung. Man fährt ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug ohne Versicherungsschutz. Das ist hier ganz anders. Das ist rechtlich ein Fahrrad. Ja, auf jeden Fall. Wir haben keinen Gasgriff. Bei uns muss man treten. Und damit erfüllen wir auch alle Anfordernisse für den europäischen Markt. Wichtig ist, es gibt mittlerweile Fahrrad-Cops. Es gibt eigene Berichte von der ARD. Die habe ich gesehen, immer mehr Polizisten spezialisieren sich auf das Thema Fahrrad, stehen auf Fahrradräten, also auf Wegen, wo man gerne fährt, am Bodensee und so weiter und so fort. Und fangen die Leute ab und die kennen sich richtig gut aus. Da kannst du nicht kommen. Das Hauptproblem ist, dass du die meisten Fahrräder über sogenannte versteckte Menüs tunen kannst. Und das ist nicht zulässig. Ja, das haben wir natürlich vorgesorgt. Wir haben das gesperrt. Unsere kann man nicht tunen. Kann man vielleicht auch. Vielleicht gibt es irgendwelche gewitzte Leute dabei. Aber wir haben das eigentlich schon entsprechend gesperrt. Und wir finden das auch gut, dass gerade die schwarzen Schafe da rausgefiltert werden, weil wir, wie diejenigen, die es auch ehrlich meinen auf dem deutschen Markt, auch für sicheres Fahren irgendwie sorgen wollen. Ja, die hat ein ganz neues Öl mit drin. Das ist sogenanntes Mineralöl. Das heißt, das ist wartungsfrei. Das ist vielleicht bei der Bremse ganz wichtig. Normalerweise muss die Bremsflüssigkeit in Abständen bei dort Flüssigkeit gewartet werden. Das ist beim Mineralöl nicht mehr erforderlich. Und der Hauptvorteil hierbei ist natürlich die ganze Verarbeitung. Guck dir das mal an, wie schön das hier gelöst ist mit den ganzen Kabeln, die im Rahmen verschwinden, die hier auch sauber zusammengeführt sind. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man wirklich das Gefühl hat, dass es sauber verarbeitet ist. Ja, und wichtig auch ist, dass man auch mal ein Rad ausbauen kann, ohne dass man die ganzen Kabel irgendwo raus aus dem Rahmen ziehen muss. Sondern bei uns sind die Kontakte gesteckt und ich kann auch sehr gut eine Pannenhilfe gewährleisten. Hydraulische Bremsen, auch da muss man ganz genau hinschauen. Die meisten Fallträder haben tatsächlich Seilzugbremsen. Das ist per se nichts Schlechtes, aber die hydraulischen lassen sich ganz fein dosieren. Ja, wir setzen hier auch auf einen sehr guten Hersteller Tektro, bauen hier eine Tektro-Bremse ein. Und man merkt auch bei dem Ergebnis, es bremst ordentlich. So, Can, wir machen mal eine Probefahrt. Danach falten wir es nochmal zusammen hier drinnen. Es ist schön kalt draußen, deswegen gehen wir auch raus. Bitte? Nee, ich habe mich gerade gewundert, wie einfach das geht mit dem Ständer. Ist gut, gell? Ja. So, das können wir mal schauen. 5-H-Modi, ne? 5, oder? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst ja vielleicht mal im Dritten starten, nicht, dass du dann gleich durch die Decke gehst dabei. Ist es stark, der Motor? Ja, der Motor ist stark. Wir haben hier 50 Newtonmeter. Und wichtig auch ist, dass wir diese 50 Newtonmeter direkt am Antriebsstrang haben und nicht irgendwo. Ein Mittelmotor hat ja auch noch ein paar Antriebsverluste. Ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit dem Mittelmotor. Der Hecknabenmotor ist unglaublich leise. Du hast mir erzählt, man kann den Motor so gut wie gar nicht hören. Ja, er ist ziemlich leise, also wir hören ihn nicht. Ich bin auch ein Freund vom Mittelmotor, ich sehe das auch gerne. Aber Mittelmotor hat auch Gewicht. Wir haben hier den Hecknabenmotor und der spart natürlich unwahrscheinlich Kilos. So, wir gehen am besten mal raus, denn wir haben das Glück, dass wir in Halle 5 hier direkt ein Tor haben und den kompletten Zulieferparkplatz für uns haben wir heute zum Testen. Hallo, Can. Wir haben gefühlte Minus 2 Grad und gut, dass ich nicht fahren muss, sage ich. Die Größen, es gibt nur eine Rahmengröße, das heißt, du kannst sie so anpassen, dass es passt, oder? Ja, wir haben eine Rahmengröße. Wir haben hier ein 24-Zoll-Fahrrad und mit der Rahmengröße, aber das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk, dass wir hier ein Citybike kreiert haben, was sich auch richtig für viele Kilometer, für eine lange Fahrradtour auch schon machen lässt. Ja, wir haben ganz viele Wohnmobile bereits gefilmt, bei denen, wenn du mal so lieb bist, mal in einem kleinen Kreis hier in der Nähe mal fährst, weil du warst gerade eben nur noch ein Punkt. Ich konnte es mir dann doch nicht nehmen lassen, mal kurz auf 5. Ist das gut, auf 5? Ja, sehr gut. Das geht ab wie Schmitzkatze. Wichtig ist, dass es am Berg auch nicht funktioniert. Die maximale Zuladung bei dem Fahrrad? Wir haben dran geschrieben, um die 110 Kilo. Natürlich setzt sich da auch jemand drauf, vielleicht mit der 120 Kilo, aber wir sind da lieber ein bisschen tiefstapelnd und haben uns auf 110 Kilo geeinigt. Ja, es ist ein Faltrad, das muss man immer sehen. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein Faltrad. Macht einen ganz stabilen Eindruck. Der Rahmen ist wahrscheinlich das Alu? Nein, das ist ein ganz normaler, ja, Entschuldigung, natürlich Alu. Ich bin eben bei unserem Magnesiumrahmen noch gewesen. Das ist ein Alu-Rahmen, dadurch auch relativ leicht. Wir haben, wie gesagt, hier ein voll ausgewachsenes Cityrad und man kann schon eine ordentliche Tour unternehmen damit. Blaupunkt, ja. Eine Altos-Schaltung ist mit drauf, eine Shimano-Schaltung. Bremsen haben wir eben schon drüber gesprochen, ganz wichtig. Aber auch toll ist natürlich, dass es nicht klappert. Wenn du mal gerade so lieb bist, das mal in die Hand nimmst, bitte für mich, und mal auf das Hinterrad fallen lässt. Ich würde mal gern was hören, ja, ob das, ja, das muss so klingen. Es klappert nur die Kette, ne? Es klappert nur die Kette, das war's. Aber es ist ordentlich verbaut, oder? Ja, es ist wirklich ordentlich verbaut. Es ist made in Europe, also von der Seite her, ne? Designed und entwickelt in Deutschland und gebaut in Portugal. Und ganz wichtig, wir haben auch einen Racktime-Gepäckträger. Das ist auch ganz wichtig. Einen System-Gepäckträger. Ja, genau, überall kann man natürlich ganz relativ einfach sämtliche Komponenten hier montieren. Das ist ja praktisch, da gibt es unglaublich viel Zubehör. Ja, das wissen natürlich die Racktime-Leute oder viele Fahrradfahrer besser als ich. Aber wir haben den verbaut und damit ist man auch sehr, sehr flexibel. Und wir haben hier mal so einen kleinen Hund reingesetzt. Also das heißt natürlich nicht, dass ein Hund hier unangeschnellt immer mit und unangeschnellt mitfahren soll. Aber das ist einfach mal ein kleines Beispiel. Schau mal, die sind noch nicht blau, die Lippen sind rot. Ein Scherz. So, wir gehen mal schnell rein. Der kann ruckzuck auch montiert werden, den klickt man einfach rein. Eine Besonderheit, auch noch erwähnenswert absolut, sind die Faltpedale. Gucken wir uns gleich mal an. Die auch wirklich funktionieren. Dann ein Gelsattel mit drin, ein breiter Gelsattel, der aber nicht zu sehr einsinkt. Weil das Problem ist, praktisch, wenn sie extrem weich sind, dann tun sie wieder weh. Also das hier ist ein ganz gutes Mittelmaß. Der ist gut zu verwenden, der Sattel. Ja, wir haben viele Sattel getestet, sind die gefahren und haben eigentlich auch von allen Seiten, ob männlich oder weiblich, die Erfahrung gemacht, dass wir damit genau richtig liegen. Sehr schön. Wir gehen rein. Ist kalt? Sehr schön. Also Gangschaltung, das Ganze. Ah, hier vorne ist auf. Ne, wir dürfen nicht mehr rein. Oh, ist hier warm drin. Das war am Anfang die Aufbautage. Du weißt noch selber, Matthias, die waren kalt hier drin. Ja, genau. Als es hier anfing, ist es sehr maikühl, auch gerade draußen. Deswegen sind wir froh, dass wir so eine tolle Probefahrt gemacht haben. Fall es mal bitte zusammen für mich. Und dann können wir das sehen. Das heißt, du stellst es auf den Ständer. Das könnte auch die Can machen. Das heißt, was ist hier zu tun mit dem Lenker? Erst mal hoch den Lenker, dann können wir den drehen. Ja, dann machen wir den wieder fest. Damit haben wir den schon mal... Man kann den auch runterlassen weiter, oder? Wir können auch weiter runterlassen. Bitte mal zeigen. Also, wenn du den mal kurz mal komplett runterlässt. So, das heißt, alles ohne Werkzeug, korrekt? Ja. Werkzeug frei. Ohne Werkzeug. Dann die Entriegelung lösen. Ja. Und schon können wir ja... Es wäre ja schlimm, wenn die... Also, was mir wirklich... Also, was mir wirklich gut gefällt, ist, dass es eben auf dem Hauptständer steht. Und nicht wie bei anderen Fahrrädern, wo du dann, ich sag mal, die in der Hand hältst. Die fallen wieder auseinander und so weiter. Das Ganze klickt denn auch mit einem Magneten ein? Im Moment haben wir noch kein Magnet dran. Das ist aber noch geplant. Der kommt. Ja, der kommt. Und wie gesagt, ist es... Entschuldigung, ist es da schon dran? Ja. Ah, du bist schon dran? Sorry, ja, ja. Der Magnet ist schon dran? Ich weiß eben auch nicht alles. Darf ich dazu sagen, das ist ein Prototyp, den ihr hier mitgenommen habt zur Messe. Da steht es sogar drauf. Es ist Testbike, steht drauf. Hier vorne ist es. Das ist ein Musterfahrrad, Modell 2024, nur dass ihr das glaubt. Das ist aber schon sehr, sehr in der A, oder? Ja, wir sind ziemlich kurz vor der Massenproduktion, sag ich mal. Und wir haben die ersten, Gott sei Dank, aus der Fabrik schon mitbekommen. 2299 Euro. Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das ist ein wartungsfreier Motor, der mit drin ist. 580 Wattstunden, Intube-Akku, auch alles sauber und aufgeräumt. Und es hat eine Zulassung. Am Stand von Blaupunkt ist es so klein, dass man das nämlich auch quer in Wohnmobile reinkriegt, wo du normalerweise keine große Ladehöhe hast. Ich glaube, dafür sind sie wirklich optimal, oder? Ja, also ist es sicherlich nicht ein Fahrrad, das ich jeden Tag durch die Gegend schleppe, irgendwo in der S-Bahn. Das ist wirklich für den Karawan-Bereich oder für den Kofferraum ideal geeignet. Ich kann es auch sehr gut reinheben. Ja, vielen Dank. Wir sind auf der CMT 2024. Blaupunkt, und das müssen wir auch noch mal kurz zeigen. Komm mal bitte mit, Jan. Die haben tatsächlich noch, schau mal, sogenannte Retro-Autoradios. Die kennen die allermeisten meiner Zuschauer noch. Die waren verbaut. Und wenn man so einen schicken Oldtimer hat, dann will man natürlich die neue Technik haben, aber den alten Look. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel das Bremen SQR 46 wurde 1986 bei Porsche direkt am Band verbaut, bis 1991. Und damit mache ich meinen neuen Elfer wieder zu einem Original. Und das sieht man auch grün mit der Beleuchtung. Wir haben eine Vario-Collar. Wir können also jede Farbe einstellen. Und wir haben da so einen Demo-Modus an. Deswegen zeigt er uns jede Farbe. Das ist ja krass. Du kannst aber auch dieses Orange einstellen, für das Blaupunkt so berühmt war, oder? Ja, wir können, ob Orange oder Grün, auch für einen Golf 2, für alle Varianten, können wir die Farben einstellen. Ihr habt natürlich auch Multimedia-Systeme, zwei Schachtin-Systeme, Ersatz und so weiter. All das ist da, aber diese Retro-Radios, die werden euch aus den Händen gerissen. Ja, das ist natürlich ein wirklicher Hype, weil wir auch gerade so original und auch unsere Zielgruppe, die kennt das noch von früher. Ja, von der Seite her. So, das sind die Neuen. Ganz, ganz viele Lieferwagen werden ja ausgerüstet mit fürchterlichen Radios. Die kann man dann machen. Ihr seid sogar Erstausrüster mittlerweile. Ja, wir bauen sehr viel an den Bändern bei Fahrzeugherstellern ein, wie auch im Baumaschinenbereich oder im Treckerbereich. Da haben wir ein Caravan-Radio, das ist für einen Wohnwagen. Das ist das zur Linken. Das ist ein Wohnwagen-Radio, was ich in einem Wohnwagen mit DAB dann ausrüsten kann. Und wenn ich nämlich kein Radio da irgendwo montiert habe. Ach so, du kannst zum Beispiel da jetzt auch den Fernseher mitkoppeln, der einen schlechten Sound hat. Kannst ein paar Lautsprecher einbauen und hast dann die Möglichkeit, im Wohnwagen drin oder im Wohnmobil im Innenraum das Ganze zu betreiben über die Aufbaubatterie. Genau, ich kann hier einen ordentlichen Sound erreichen. 199 Euro. Ja, 199 Euro. DHB drin, alles. Alles dabei und auch Bluetooth. HDMI auch, das heißt, du kannst direkt den Fernseher koppeln. Und ich kann dann auch zwei Zonen noch vielleicht aufbauen. Ich kann einen Lautsprecher mit nach außen nehmen. Ich kann Bluetooth nach außen bringen in mein Vorzelt und kann auch währenddrin jemand schläft, kann ich draußen Musik hören. Sag mal, das ist ja crazy. 89 Euro für die Rückfahrkamera. Ja, von Blaupunkt. Genau, 89 Euro. Und die ist direkt zu koppeln mit eurem System her? Nicht nur für unsere Systeme, sondern für sämtliche Systeme, die einen Kameraeingang haben und hat auch Nachtsicht. Ich dachte, Blaupunkt wäre immer so teuer. Das ist ja preiswerter als ich dachte. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich ein sehr preiswertes Gerät und Blaupunkt ist also nicht unbedingt teuer. Aber gute Qualität. Ist der Sound gut? Ja, was soll ich anders sagen? Stimmt, wir sind ja hier am Stand. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Wir ziehen mal weiter, Matthias. Und wir werden mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ihr seid schon seit mehreren Jahren da auf der CMT. Seid in Halle Nummer 5 und direkt am Eingang neben Hobby. Das ist sehr sehenswert. Dass ihr Fahrräder baut, habe ich seit Jahren schon beobachtet. Bei Karatek, beim Harald Schäfer. Haben wir die ersten getestet. Aber mittlerweile seid ihr richtige Profis. Und ja, wir werden mal schauen. Vielleicht nehmen wir die ja mal mit und probieren das Ganze mal aus. Ihr habt auch die klassischen Typen. Das ist auch alles eine Preisfrage. Wo geht es denn los? Also wenn ich ein Faltrad habe, vom Preis her. Also wir haben gerade ein Angebot hier auf dem Messestand ab 1199 Euro. Und die liegen eigentlich im Durchschnitt irgendwo zwischen 1200 und 1500 Euro. Ja, das zeigen wir noch einmal zum Schluss. Das ist das 1199. Ich habe mal ein eigenes Video von gemacht. Wenn du da mal gerade so lieb bist. Das ist so ein kleiner Haufen, der da liegt. Schön klein zu falten mit allem drum und dran. Wenn du mir das mal auseinanderfaltest, bitte. Seid mal so lieb. Gerne. Das Coole ist, hier ist der Chef persönlich noch am Arbeiten. Das mag ich nämlich. Da ist ein Magnet, der ist stark. Das soll er auch. Das soll ja nicht von selbst auseinander gehen. Du hast es eben gefahren. Ist gut? Sehr gut, ja. Ich fand es sehr stabil und schnittig. Und schnittig. Der Rahmen ist aus Magnesium. Das ist auch was ganz Besonderes. Extrem haltbar, wer sich auskennt. Und es brennt auch nicht direkt ab, oder? Das Magnesium. Nein. Es war Spaß. Welche Farbe brennt das? So, wenn du mal so lieb bist, dich mal draufsetzt, Jan. Da kann man es sehen. Also von den Größen her. Der Lenker ist noch ein bisschen tief. Obwohl, es könnte passen, will Jan. Ja, genau. Ich sage mal, von der Größe her passt es gut drauf. Nein, wir haben jetzt auch keine Höhenverstellung, weil wir nämlich ja auch an Gewicht gespart haben. Ich kann den Lenker umklappen oder ich kann ihn eben in dem Bereich lassen. So, jetzt ist der Ständer noch drin. Das könnte gefährlich werden. Sie fährt ja nicht los. Aber schönes Fahrrad 1199. Henry ist auch ein Topseller bei euch. Ja, Henry ist ein Topseller neben Fiete und Fiene. Das sind relativ baugleiche Fahrräder. Hier haben wir ein Angebot mit dem Henry. Der Fiete ist in Blau. Wir haben altdeutsche Namen. Hier haben wir den Fiete. Und wir haben hier die Fiene in orange. Ja, und das sind so unsere Designbikes und Topseller. Vielen, vielen Dank fürs Einscheiden. Bis zum nächsten Mal am Stand von Blaupunkt 2024. Ihr habt sogar die Entwickler mitgenommen. Die alten Blaupunkt-Entwickler sind mit dabei, kümmern sich um die Technik. Also ganz viel vom Herzen. Blaupunkt ist bei euch noch erhalten. Ja, wir haben ja keine E-Bike-Entwickler früher gehabt. Das alt Blaupunkt hatte ja keine Fahrräder. Die haben wir natürlich aus der Branche uns, ich möchte mal sagen, eingekauft. Die haben wir bei uns an Bord. Aber für K-Multimedia haben wir ganz alte Hasen dabei. Sehr schön. Danke, Matthias Wagner von Blaupunkt heute auf der CMT. Es ist der Montag. Ja, noch sieben Tage haben wir vor uns. Der siebte Tag ist angebrochen. Tschüss. Ja, noch sieben Tage haben wir vor uns.